Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Bei mir auf dem Kanal seid ihr immer die neuesten Vergleiche. Die H7 Glühlampe ist eine der beliebtesten Lampen für Autoscheinwerfer und bietet eine hervorragende Leistung und Helligkeit. In diesem Video stelle ich euch die besten H7 Lampen vor, die eine verbesserte Sicht und Sicherheit auf der Straße bieten. Es wurden einige Kriterien berücksichtigt, darunter Helligkeit, Lebensdauer, Energieeffizienz und Preis-Leistungsverhältnis. Alle vorgestellten Produkte sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Vergesst nicht den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Aktiviert gerne die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ich ein neues Video hochlade. Lasst uns nun mit dem Video beginnen, also lehn dich zurück und viel Spaß mit dem heutigen Video. Die Philips Extreme Vision Pro 150 ist eine hochwertige Autolampe, die entwickelt wurde, um die Sichtbarkeit und Sicherheit während der Fahrt zu verbessern. Diese Scheinwerferlampe bietet eine außergewöhnliche Helligkeit und eine beeindruckende Leistung, die den Fahrern eine optimale Ausleuchtung der Straße ermöglicht. Mit einer Helligkeit von bis zu 150% im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen erzeugt sie ein intensives weißes Licht, das die Sichtweite erheblich erhöht. Dadurch werden Hindernisse, Verkehrsschilder und Fußgänger frühzeitig erkannt, was zu einer verbesserten Reaktionszeit und einer insgesamt sicheren Fahrumgebung führt. Die Lampe zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sie bietet eine lange Lebensdauer und hält auch extremen Bedingungen stand, wie beispielsweise Vibrationen und Erschütterungen. Dies gewährleistet, dass sie von ihrer Leistung über einen längeren Zeitraum profitieren können, ohne häufige Lampenwechsel durchführen zu müssen. Darüber hinaus ist die Installation einfach und unkompliziert. Sie kann problemlos in die meisten Fahrzeuge eingebaut werden, ohne dass zusätzliches Zubehör oder spezielle Werkzeuge benötigt werden. Die Osram Nightbreaker Lampe ist eine erstklassige Autolampe, die speziell entwickelt wurde, um ihre Nachtfahrten zu optimieren. Diese innovative Scheinwerferlampe bietet eine beeindruckende Helligkeit und eine verbesserte Sichtbarkeit, um ein sicheres und komfortables Fahrerlebnis zu bieten. Mit der Lampe erhält man eine außergewöhnliche Leistung, welche die Sichtweite um bis zu 130% im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen erhöht. Das bedeutet, dass man Hindernisse, Verkehrsschilder und andere Fahrzeuge viel früher erkennen kann, was eine verbesserte Reaktionszeit und eine erhöhte Sicherheit auf der Straße ermöglicht. Darüber hinaus erzeugt diese Lampe ein blendfreies, weißes Licht, das eine klare und präzise Ausleuchtung der Fahrbahn gewährleistet. Dadurch werden Ermüdungserscheinungen minimiert und sie können sich besser auf die Straße konzentrieren, ohne dass ihre Augen durch grelles oder unscharfes Licht belastet werden. Insgesamt ist die Lampe die perfekte Wahl für Fahrer, die nach einer hochwertigen Autolampe suchen, um ihre Nachtfahrten sicherer und angenehmer zu gestalten. Die Philips Racing Vision GT200 G7 Lampe ist das ultimative Beleuchtungswunder für Autoliebhaber und Rennsport-Enthusiasten. Diese revolutionäre Scheinwerferlampe bringt ihre Nachtfahrten auf ein völlig neues Niveau und verleiht ihrem Fahrzeug einen Hauch von Rennstrecken-Atmosphäre. Mit der Lampe erlebt man eine blendende Helligkeit, welche die Sichtweite um bis zu 200% im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen erhöht. Das Modell erzeugt ein strahlendes, weißes Licht, das die Fahrbahn in ein atemberaubendes Spektakel verwandelt. Die Farben werden lebendig, Verkehrsschilder leuchten regelrecht auf und Hindernisse werden mühelos erkannt. Erschütterungen, Vibrationen und sogar widrige Wetterbedingungen können ihr nichts anhaben. Mit ihrer beeindruckenden Helligkeit und Leistung liefert die X-Lord Lampe eine erstklassige Ausleuchtung der Straße und ermöglicht eine bessere Sichtbarkeit und Reaktionszeit. Diese Lampe ist mit der neuesten Xenon-Technologie ausgestattet, die eine außergewöhnliche Helligkeit und eine klare weiße Lichtfarbe erzeugt. Mit einer Leuchtkraft, die bis zu dreimal heller ist als herkömmliche Halogenlampen, erleben sie eine verbesserte Sichtweite und eine effektive Ausleuchtung der Fahrbahn. Hindernisse, Verkehrsschilder und Fußgänger werden deutlich sichtbar, was ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Die Installation der Lampe ist einfach und unkompliziert. Sie passt problemlos in die meisten Fahrzeuge und erfordert keine speziellen Werkzeuge oder zusätzliches Zubehör. Mit einer Plug-and-Play-Funktion können Sie die Lampe schnell und bequem selbst installieren, ohne dass ein Fachmann erforderlich ist. Darüber hinaus erfüllt Lampe höchste Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen. Sie ist gemäß den geltenden Vorschriften geprüft und zertifiziert, um Ihnen eine zuverlässige und sichere Beleuchtungslösung zu bieten. Insgesamt ist die Lampe die ideale Wahl für anspruchsvolle Fahrer, die nach einer erstklassigen Autolampe suchen. Diese Lampe verwendet die fortschrittliche Xenon-Technologie, um ein helles, weißes Licht zu erzeugen, dass die Straße vor Ihnen optimal ausleuchtet. Die D-Lampe zeichnet sich durch ihre lange Lebensdauer aus und bietet eine zuverlässige Leistung über einen langen Zeitraum hinweg. Sie ist für eine längere Betriebsdauer ausgelegt und hält den Belastungen des Straßenverkehrs stand. Dadurch reduziert sich die Notwendigkeit von häufigen Lampenwechseln und Sie können sich auf eine langanhaltende effiziente Beleuchtungslösung verlassen. Sie kann problemlos in die meisten Fahrzeuge eingebaut werden und erfordert keine komplizierten Anpassungen oder zusätzliches Zubehör. Mit einer Plug-and-Play-Funktion kann man die Lampe schnell und bequem selbst installieren. Darüber hinaus erfüllt die Lampe die höchsten Qualitätsstandards und Sicherheitsanforderungen. Sie ist gemäß den geltenden Vorschriften geprüft und zertifiziert, um Ihnen eine verlässliche und sichere Beleuchtungslösung zu bieten. Die Philips Wide Vision Ultra Lampe ist eine hochwertige Autolampe, die entwickelt wurde, um eine deutlich verbesserte Sichtbarkeit und ein stilvolles Erscheinungsbild zu bieten. Mit ihrer beeindruckenden Helligkeit und ihrem modernen weißen Licht bietet sie eine erstklassige Beleuchtungslösung für das Fahrzeug. Diese Lampe erzeugt ein helles, weißes Licht, das die Sichtweite im Vergleich zu herkömmlichen Halogenlampen um bis zu 60% erhöht. Dadurch werden Hindernisse, Verkehrsschilder und andere Fahrzeuge viel früher erkannt, was zu einer erhöhten Sicherheit und einer verbesserten Reaktionszeit führt. Gleichzeitig verleiht das klare weiße Licht ihrem Fahrzeug eine moderne und ästhetisch ansprechende Optik. Die Lampe zeichnet sich auch durch ihre Langlebigkeit und Zuverlässigkeit aus. Sie bietet eine lange Lebensdauer und hält den Belastungen des Straßenverkehrs stand. Dadurch reduziert sich die Notwendigkeit von häufigen Lampenwechseln und sie können sich auf eine langanhaltende effiziente Beleuchtungslösung verlassen. Insgesamt ist die Philips Wide Vision Ultra Lampe eine hervorragende Wahl für Fahrer, die nach einer hochwertigen Autolampe suchen, um ihre Sichtbarkeit und Sicherheit auf der Straße zu verbessern. Das letzte Modell ist eine hochwertige Autolampe, die für den Einsatz in Scheinwerfern entwickelt wurde. Sie wird häufig in Fahrzeugen verschiedenster Hersteller verwendet und bietet eine verbesserte Beleuchtung im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen. Die Lampe zeichnet sich durch ihre hohe Helligkeit und lange Lebensdauer aus. Sie verwendet die Halogen-Technologie, bei der ein Glühfaden durch den elektrischen Strom zum Leuchten gebracht wird. Die Lampe hat eine Nennleistung von 55 Watt und erzeugt eine Lichttemperatur von etwa 3200 Kelvin, was einem warmweißen Licht entspricht. Mit ihrer präzisen Lichtverteilung sorgt die Lampe für eine gute Ausleuchtung der Straße und verbesserte Sichtverhältnisse bei Nacht. Dies trägt zur Sicherheit des Fahrers und anderer Verkehrsteilnehmer bei. Die Lampe erfüllt die gesetzlichen Anforderungen und ist gemäß den EC-AIDS-Standards zertifiziert. Insgesamt bietet die Lampe eine zuverlässige Beleuchtungslösung für Fahrzeuge und ist bei Autofahrern aufgrund ihrer Leistung und Qualität beliebt. Das war's mit dem heutigen Video der 7 besten H7-Lampen für Autos. Die Links zu den jeweiligen Produkten findet ihr wie gewohnt in der Videobeschreibung, falls ihr mehr zu einem der Modelle wissen wollt. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like freuen und bin auf eure Kommentare sehr gespannt. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal.